Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute schauen wir uns einen neuen Song von Ju an. Bevor wir aber dazu kommen, steht ja schon im Titel, dass wir hier eine wunderbare Verlosung haben. Denn mit der lieben Unterstützung von Universal Pictures Home Entertainment haben wir die Möglichkeit, hier für euch wunderbare Sachen zu verlosen. Wir haben zwei Pakete für den neuen Film Gemini Man, der rausgekommen ist auf DVD und Blu-Ray ab jetzt verfügbar, überall, wo es DVDs und Blu-Rays gibt. Und ihr habt die Möglichkeit, eine Blu-Ray, ein Aufsteller, einen riesigen Aufsteller, den sonst nirgendwo zu kaufen gibt, und ein Plakat für diesen Film zu gewinnen. Das insgesamt zweimal bedeutet, es gibt zwei glückliche Gewinner, die ein riesengroßes Paket bekommen werden. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst in die Kommentare einfach Hashtag Gemini Man schreiben, so wie es hier steht. Und wie es in der Beschreibung auch nochmal steht, ihr habt dafür fünf Tage Zeit. Danach werde ich euch anschreiben, die Gewinner werden mir die Adresse setzen. Ich werde das Ganze an Universal weiterleiten und dann bekommt ihr schon bald Post mit einem wunderbaren Fanpaket. Vielen, vielen Dank, Freunde. Auf Instagram habt ihr auch nochmal ein Bild dazu, passend. Falls ihr euch nochmal genauer informieren wollt, findet ihr da auch nochmal ein paar Informationen. Ansonsten würde ich sagen, nochmal vielen, vielen Dank an Universal. Und dann schon hören und schauen wir jetzt rein in den neuen Song von Ju. Ich bin wirklich sehr gespannt. Stella heißt der. Ich kann mich gerade gar nicht mal so krass daran erinnern, welcher Song das war, aber es sieht sehr nach Halloween in Asozial aus. Ich bin gespannt. Ich werde ihn gleich erkennen. Wir haben eine neue Vollversion, Leute. Wir hören rein. Falls ihr mehr von meinen Trüben-Bam-Song-Ration sehen wollt. Ich habe hier eine Playlist gemacht mit allen Songs. Schaut da gerne mal rein. Schaut da gerne mal vorbei, Freunde. Dann lohnt sich sehr. Let's go. Oh, das ist der Billie Eilish Song. Das ist der Billie Eilish Song. Oh, right. Der ist gut. Der ist gut. Das ist der Billie Eilish Song. Okay. Ich war ein bisschen lost, aber jetzt bin ich wieder da. Das ist nicht wie sie denken. Nein, ich weiß, das könnte eine Leiche sein. Oh, das war gut. Stimmt. Steigt immer hinten ein. Doch sie fängt niemals anzuschreien. Nice. Nee, das ist nicht, was ich mein. Das ist gar kein Blut, sondern ein paar Tropfen. Krieg schischer Rotwein. Glaub mir, ich bin nicht euer Frank. Ich finde wirklich, diese leichte Stimme von Ju ist ein bisschen, ist sehr angenehm. Da würde ich, ich würde gerne mit dieser Stimme ein bisschen kuscheln, Leute. Ich bin ehrlich. Schischer Rotwein. Glaub mir, ich bin nicht euer Frank. Schaut da nicht mal nach. Jetzt wird ein, dass ich euch verarsche. Stella ist das rein im Latex und mein bester Freund, der mag es. Ich bin kein kranker Killer, nein. Fesseln muss das sein. Ihr seid doch die Polizei. Bin unschuldig, lasst mich frei. Ey, der Flow war auch gut. Ich finde, ach man, ich mag dieses leichte Geflüsterte halt sehr gerne irgendwie. Ich weiß nicht warum. Und dieser Blick, diese Perücke. Skala 1 bis 10. Wie sehr könnte Ju diese Haare auch in echt einfach tragen? Ich würde sagen, es ist schon fast eine Elf. Fesseln muss das sein. Ihr seid doch die Polizei. Bin unschuldig, lasst mich frei. Oh, ja, stimmt. LOL. Das ist neu, weil ich gut eigentlich. Aber nochmal, Shoutout an Winster. Der Beat ist wirklich wieder sehr gut gelungen. Jetzt mal ohne Scheiß, ohne Witz. Die ist gar kein Mensch. Checkt ihr's nicht. Ich stech sie jetzt ab. Nur damit ihr seht, dass gar kein Blut rumspritzt. Nice. Das ist der neue Part, glaube ich schon, oder? Kann das sein? Sehr gut, Mann. Ich finde, ach das ist, er hat so eine angenehme Stimme. Warum hat man schon so eine angenehme Stimme? Und warum bin ich mit so einer kratzigen, komischen, weirden, quiekigen Stimme geboren worden? Nicht gut. Sieh jetzt ab, nur damit ihr seht, dass gar kein Blut rumspritzt. Frauen wäschen es Dreck und Schmutz. Doch die hat im Kopf echt nur Luft. Und lasst mich gehen. Ich muss streamen gleich. Twitch, Ju, den BAM kommt auch vorbei. Real Talk, lohnt sich sehr, Mann. Ich schaue die Streams von Ju in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Real Talk. Ich muss mal mit Ju Scribble zusammen spielen. Sonntag, Sonntag kommt eine Folge Scribble online. Nicht mit Ju leider, mit ein paar anderen, die aber genauso wunderschön und talentiert sind natürlich. Sonntag, 10 Uhr auf diesem Kanal eine Folge Scribble. Wird sehr gut, Freunde. Wird sehr, sehr gut. Ich muss streamen gleich. Twitch, Ju, den BAM kommt auch vorbei. Warum schaut ihr nicht mal nach, jetzt ihr denkt, dass ich euch verarsche. Stella ist das rein, um Latex und mein bester Freund, er mag es. Ich bin kein kranker Killer, nein, fest sein muss das sein. Ihr seid doch die Polizei, bin unschuldig, lasst mich frei. Warum ist das so gut? Dieses LOL. LOL. Das ist halt wirklich gut. Ju muss mehr an dieser angenehmen Flüsterstimme machen, meiner Meinung nach. Kann jemand mal ein Best-of machen, Flo oder Flo tanzt? Best-of, Flo oder Flo tanzt. Bitte. Wenn eine Person das macht, ich werde ein Rackschmüter drauf machen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Danke. Wenn ihr seid doch die Polizei, Polizei, Polizei. Boah, das war gut. Das war ein bisschen kurz. Zwei Minuten nur. Zwei Minuten zwölf nur. Ein bisschen zu kurz. Aber es war gut. Es hat mich unterhalten. Es hat mich sehr unterhalten, muss ich sagen. Ich möchte mehr von diesen Songs haben in dieser kleinen Flüsterstimme von Ju, weil ich die sehr gerne mag. Die ist mir, die ist sehr angenehm für mich, finde ich. Gut, Freunde, es wird wieder gebührt. Ich würde sagen, wir melden das Ganze hier. Denkt an das Gewinnspiel. Alle Informationen in der Beschreibung. Ansonsten checkt das originale Video, beziehungsweise den originalen Song von Spotify ab. Supportet you. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh. So wie immer. Und ciao.